Alles wirkte wie eine generalstabsmäßig geplante Kommandoaktion. Der geständige pädophile Florian Teichtmeister wird frei geboxt. Er muss nicht in Haft. Die Aufregung ist auch eine Woche nach dem Urteil riesig. Warum geht er frei? Wer schützt Teichtmeister? Und was läuft falsch in dieser Justiz? Viele Journalisten trauen sich, diese Fragen nicht zu stellen, da sie gefährlich sind. Da die Beweislage sehr dürftig ist. Wir gehen trotzdem auf die Suche. Wir sprechen über Teichtmeisters Verstrickung in der Wiener Freimaurerei. Über pädokriminelle Netzwerke. Und wir fordern Mitwisser auf, sich zu melden. Denn wir wollen, dass Licht ins Dunkel kommt. Alles passt bei Teichtmeister zusammen. Freigang für geständigen Pädophilen. Trotz 75.000 Dateien an Missbrauchsdarstellungen. Bilder von missbrauchten Kindern, die Teichtmeister pädosadistisch bearbeitete, in die er kranke Texte hineinschrieb und sein Foto einfügte. Ein Richter, der die soziale Ächtung Teichtmeisters als urteilsmildernd anführt. Ein Anwalt, der die Opfer mit Fleisch vergleicht. Ein psychiatrischer Gutachter, der attestiert, dass misshandelte Kinder ja oft gut mit den Übergriffen umgehen könnten. Eine Staatsanwaltschaft, die im Plädoyer vor Gericht noch forderte, den Täter unbedingt einzusperren, um Kinder vor ihm zu schützen. Und die trotzdem dann stillheimlich das milde Urteil abnickt und akzeptiert. Und Systemmedien, die über einen guten Tag für die Justiz sprechen. Es ist ein Skandalurteil, die Wut im Volk brodelt. Nicht wenige Menschen vermuten mächtige schützende Hände, die über den perversen Schauspieler gehalten werden. Ein geheimes Pädophilnetzwerk im Hintergrund? Was ist dran an diesen Gerüchten? Wer steckt dahinter? Fakt ist, Teichtmeister war Freimaurer. Mitglied eines geheimen globalen Zirkels. Darüber spreche ich in dieser Sendung mit dem Enthüllungsjournalisten Guido Grant. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Grant mit der internationalen Kindersex-Mafia und mit Freimaurerei. Zudem habe ich mich für diese Sendung mit der FPÖ-Politikerin und Anwältin Susanne Fürst, dem Prozessbeobachter Dr. Pricklich und dem Demo-Organisator Martin Rutter unterhalten. Meine Interviewpartner verstehen das Urteil nicht. Doch das System verteidigt das Urteil. Durch den ganzen Fall zieht sich ein tiefes Verständnis für den Täter-Teichtmeister seitens des Systems. Der Richter etwa begründete sein Urteil, sein mildes Urteil mit dem Gegenprotest der Kinderschutzaktivisten. Er richtig gehört. Zitat des Richters Stephan Apostol. Die Intensität an sozialer Ächtung und Vorverurteilung wirkt urteilsbildernd. Ein Skandal. Derselbe Richter, der nun milde für einen Pädokriminellen walten lässt, hatte bisher noch nie ein Problem damit, Menschen wegen Meinungsdelikten einzusperren. Zum Vergleich, erst im Dezember 2022 hat ein geschworenen Gericht einen Mann zu 18 Monaten Haft verurteilt. Eines davon unbedingt für das Versenden von Fotos seiner SNS-Tätowierung. Also, weil der Mann verbotene Tätowierungen auf seinem eigenen Körper hat und solche Fotos dann via SMS an irgendwelche Bekannten schickt, bekommt er 18 Monate auf Bewährung und muss einen Monat in jedem Fall in den Knast. Verstanden? Verstanden? Der vorsitzende Richter, Stephan Apostol, der Teichtmeisterrichter. Doch nun heißt es von seiner Seite, wir folgen hier nicht dem Ruf der Straße. Doch welchem Ruf folgt Apostol denn stattdessen? Und auch die Systemmedien überschlagen sich unverhohlen mit Jubelmeldungen. So twitterte der Chefredakteur der links-linken Wiener Wochenzeitung Falter, Florian Klenk, kurz nach dem Urteil, ein guter Tag für die Justiz. Für die Justiz also ein guter Tag. Und für die Zehntausenden missbrauchten Kinder? Während die Systempresse sich über das milde Urteil freut, wird eine Gruppe umso heftiger attackiert, die Kinderrechtsaktivisten. So schreibt der Standardkommentator Erik Frey, lassen Sie sich das einmal auf der Zunge zergehen. Wer Kinderschutz zum Kampfthema macht, missbraucht Kinder auch. Das Urteil gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister wird von Therapeutinnen als vernünftig und von der Justiz als eher streng eingeschätzt. Wer Kinder also schützen will, missbraucht sie auch. Ist ein Rechtsextremist oder gar Antisemit. Dabei sind die Äußerungen Freys zwar in ihrer Abartigkeit unübertroffen, doch nicht neu. Schon während Corona giftete er offen gegen Maßnahmenkritiker. Zitat Offenbar sind Kinderrechtsaktivisten nun die neuen Corona-Kritiker. Die neuen Rechtsextremen. Merken, wenn sie eine falsche Meinung haben, dann gehören sie in den Knast, weil sie ein Gedankenverbrecher sind. Aber Pädophile, die Pornobilder von Kindern horten, die, die gehen frei. Über diesen Widerspruch spreche ich jetzt mit einem der Demonstranten, die für Kinderschutz auf die Straße gegangen sind. Hallo, sehr geehrter Herr Rutter, Sie haben beispielsweise in Langenlois eine Demo für Kinderschutz organisiert. Jetzt sollen ausgerechnet diese Kinderschutzdemonstrationen dafür herhalten, dass der Täter eine besonders milde Strafe bekommt oder bekam. Wie beurteilen denn diese Kinderschutzaktivisten, die Demonstranten, die milde Strafe für Teichmeister? Ist das Urteil nachvollziehbar? Ich habe zusätzlich dazu, dass es natürlich überhaupt keiner, der für strengere Strafen, eine Transparenzdatenbank etc. auf die Straßen geht, das nachvollziehen kann, wie das dann als Begründung herhalten soll, dass man eine extra milde Strafe hernimmt. Habe ich auch noch recherchiert und ich habe kein Urteil gefunden in Österreich, wo die Forderung nach härteren Strafen, das dann als Argument genommen wird, um einen Täter, der scheinbar von einer unsichtbaren Hand beschützt werden soll, hier eine extra milde Strafe zu geben. Also für mich ist das nicht nachvollziehbar und mich wundert, ehrlich gesagt, der Einbruch des Vertrauens ins Justizsystem absolut überhaupt nicht in diesem Zusammenhang. Für Sie ist also der Vertrauensverlust in die Justiz nicht verwunderlich. Werden Sie pädophile Justiz-Kinderschutz weiter öffentlich thematisieren? Ja, ich frage vielleicht ein paar Zahlen. Es hat ein paar öffentliche Umfragen dazu gegeben. 92 Prozent, und da sind zehntausende Menschen haben damit abgestimmt bei einem Mainstream-Medium in Österreich, 92 Prozent sagen, sie möchten höhere Strafen. Auf die Frage, wie vertrauenswürdig ist das Justizsystem als Ganzes noch, gab es eine Anzahl von 11 Prozent, die gesagt haben, das Justizsystem sei entweder sehr oder eher vertrauenswürdig. Das heißt, 89 Prozent sind nicht der Meinung, dass es eher oder sehr vertrauenswürdig ist. Das ist ein klares Urteil zum Thema Justizsystem. Ich glaube, dass diejenigen, die dem Herrn Deichtummeister hier scheinbar eine sehr milde Strafe geben wollten, dem Vertrauen im Justizsystem einmal nicht geholfen haben. Das ist das eine, die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, ob wir uns davon irgendwie abhalten lassen. Also natürlich nein, denn erstens, je schwieriger es zu argumentieren ist, dass man falsche Urteile fällt, desto mehr Menschen wachen auf. Das heißt, dieses nicht nur zu weiche, sondern in meinen Augen ein ganz klares Schandurteil hat dazu geführt, dass viele Menschen jetzt Dinge hinterfragen. Und zwar nicht nur innerhalb der Justiz, sondern auch innerhalb der Gesetzgebung. Warum werden hier Täter auch mittels Gesetze so geschützt? Warum gibt es keine härteren Strafen? Warum müssen jetzt diejenigen, die härtere Strafen fordern, herhalten als Argumentation, dass es möglichst leichte Strafen gibt? Das ist eine Frage, die sich der Richter und den sich andere stellen müssen. Für uns heißt es, wir werden sicher nicht aufhören. Im Gegenteil, wir machen weiter und unser Credo ist, wir bleiben auf der Seite des Volkes. Wenn man aber jetzt im Gericht und in den Medien sagt, die Demonstranten sind schuld, dass ein mildes Urteil gesprochen wird, dann ist das ja ein psychologischer Trick, dass man die Demonstranten zermürbt, dass man sie zur Kapitulation drängt. Sind Sie als Demo-Organisator mit vielen Demonstranten, sind Sie ja in Kontakt. Wie ist denn die Stimmung dort? Resignation oder Kampfgeist? Nachdem das ja nicht unsere erste Demonstration ist, sondern wir quasi aus dem Feuer der Corona-Maßnahmen geboren wurden und viele hier auch seitdem aktiv sind, haben wir uns auch damals von nichts abhalten lassen. Wir lassen uns jetzt von nichts abhalten. Auch damals hat man versucht, uns alles mögliche einzureden, wie jetzt. Die Masse der Menschen glaubt diesem System, den Medien, den Politikern und jetzt auch zunehmend dem Justizsystem eh nicht mehr viel. Und dementsprechend sind wir absolut unbeeindruckt davon, was man uns erzählen will. Und ich habe auch schon angekündigt, wir werden sicher das nächste Mal, wo sich eine gute Möglichkeit ergibt, weiterhin auf die Straße gehen. Und vielleicht durchaus ein Erfolgsbereich. Es hat ja auch eine Parlamentspartei in Österreich nun das zum Thema gemacht und hat gesagt, sie wollen da und dort härtere Strafen. Unter anderem auch ist es unser Ziel einer Transparenzdatenbank, wenn ich das nur kurz sagen darf. Dafür sind wir insbesondere in Lange Neues auf die Straße gegangen. Wir wollen auch in Zukunft, dass nicht Kinderschänder sich in der Anonymität oder Hersteller von kinderpornografischem Material sich in der Anonymität verstecken können, sondern wir möchten, dass diese Menschen sichtbar im Internet auffindbar sind, damit Eltern ihre Kinder schützen können, Vereine diejenigen schützen können, die ihnen anvertraut wären und natürlich Kindergärten und Schulen diejenigen schützen können, die ihnen auch anvertraut sind. Und dementsprechend fordern wir eine Transparenzdatenbank, wo dies alles öffentlich ist, wie es in den USA, wie es in Polen, wie es in anderen Ländern gang und gäbe ist. In den USA hätte übrigens ein solcher Täter bis zu lebenslänglich bekommen. Das heißt, Österreich hat sich mit diesem Schandurteil tatsächlich zum Pädowut der Welt gemacht. Und Pädophile werden jetzt wahrscheinlich aus aller Welt nach Österreich strömen und sagen, wenn ich solche kriminellen Videos machen will, dann muss ich nach Österreich. Dort bekomme ich einen sanften Streichler vom Hinterkopf und werde mehr oder weniger de facto freigesprochen. Zumindest ohne eine Sekunde Gefängnis komme ich davon. Und das muss sich ganz fundamental ändern. Und da ist unser Kampfgeist stark wie nie. Danke, Herr Rutter. Dankeschön. Der Anwalt Dr. Brichlich war beim Prozess vor Ort. Sein Eindruck, er habe noch nie erlebt, dass bei einem Gerichtsverfahren so wenige Fragen gestellt worden wären. Alles wirkte aufgesetzt. Mein subjektiver Eindruck, die Verhandlung ist extrem schleißig geführt worden. Wie gesagt, keine Fragen. Vor allem in Bereichen, in denen eine Frage zu erwarten gewesen wäre, wie ich sie vorhin dargestellt habe. Ich habe keine weiteren Nachforschungshandeln, keine Diskussion des Sachverständigen mit der Staatsanwaltschaft. Ich selbst habe diesen Sachverständigen in einem Gerichtsverfahren schon einmal 30 Minuten lang befragt, in einer Sache, in der ich vertreten habe. Hier hat man einfach akzeptiert, was gesagt worden war. Das ist für mich unverständlich. Ich sage es immer aus meinem Stand, weil es ist für mich unverständlich. Das, was besonders berührend für mich war, war der Auftritt des vorsitzenden Richters mit seinem Sie haben aber in Ihrer Sache nichts Gutes damit getan, dass Sie hier demonstriert haben. Das war, mein Seherachtens, ein ganz, ganz klarer Verstoß gegen die Prozessregeln betreffend die Beurteilung der Lage. Er hat sich hier sehr wohl hinreißen lassen. Der psychiatrische Gutachter des Falles Teichmeister Dr. Peter Hoffmann überschlug sich in seinem Gutachten förmlich mit Relativierungen. Er konstatierte Teichmeister eine langjährige Phase einer ausgeprägten Ergebenheit bezüglich Kokain. Zudem hätten schwerwiegende Hands-on-Delikte bisher ja nicht stattgefunden. Das bedeutet, er hat keine Kinder selbst angefasst oder wurde zumindest dieser Tat nicht überführt. Auch wurden beträchtliche Mengen an Drogen bei einer damaligen Hausdurchsuchung gefunden. Rund 110 Gramm. Eine stolze Menge für angeblichen Eigenverbrauch. Zumal dabei die Grenzmenge für Eigenbedarf um das Siebenfache überschritten wurde. Die Universitätsklinik Bonn notiert zum Missbrauch von Kokain, beim Schnupfen sind 10 bis 35 Milligramm eine übliche Menge. Umgerechnet wären das dann bei Teichmeister 3.140 bis 11.000 Tage, mit denen er ausgekommen wäre. Zum Vergleich, im Mai 2020 wurde ein 26-jähriger Wiener zu sechs Monaten scharfe Haft verurteilt. Er hatte damals rund 100 Gramm Kokain in einem Rettungswagen vergessen. Bei Teichmeister wurde das Verfahren einfach bezüglich der Drogen eingestellt. Doch kommen wir kurz zurück zum psychiatrischen Gutachter im Fall Teichmeister, zu Herrn Hoffmann. Dieser hatte wiederholt betont, dass es einem Pädophilen nicht bewusst sei, welches Leid er mit seinem kranken Verhalten bei den Opfern anrichten würde. Und auch Teichmeisters Verteidiger Rudolf Mayer brachte dazu einen, sagen wir mal, äußerst fragwürdigen Vergleich. Auch beim Fleischkonsum wissen viele ja nicht, welches Tierleid sie damit eigentlich verursachen. Teichmeister, der Konsument von Aufnahmen gequälter Kinder sei somit vergleichbar mit Fleischessern, die nicht über die Herstellung der Produkte nachdenken würden. Sie verstehen? Das Fleisch sind in diesem Krankenvergleich die Kinder, die misshandelten und missbrauchten Kinder. Der unachtsame Konsument, ein gewalttätiger und drogenabhängiger Pädophiler. Wenn sie glauben, dass wir damit schon am Tiefpunkt der Schmerzgrenze angelangt sind, dann haben sie sich geirrt. Bereits im Oktober 2007 führte der psychiatrische Gutachter Hoffmann ein Gespräch, in dem er Folgendes von sich gab. Die Hälfte der betroffenen Kinder kann mit pädophilen Übergriffen gut umgehen. Sie ordnen sie in ihrer Biografie ein und bekommen keine posttraumatischen Störungen, Belastungsstörungen. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Kinder könnten laut dem Gutachter mit den gewaltsamen Sexübergriffen ja gut umgehen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie so etwas hören? Ich sage Ihnen, wie es mir geht. Ich bin schockiert und wütend als Vater, als Journalist. Und ich kann nicht an Zufälle glauben, dass all diese ausgewählten Personen sich zufällig bei diesem Prozess zusammengefunden haben, um Teichtmeister rauszuboxen. Auch der Richter Apostol stellte sich wiederholt vor Teichtmeister. Sprach enthusiastisch von einem ordentlichen Lebenswandel, den man dem Angeklagten bisher zugutehalten könne. Zur Erinnerung, der Tatzeitraum umfasst mehr als 13 Jahre. Teichtmeister war in diesem Zeitraum gewalttätig und drogenabhängig. Klingt das für Sie wie ein ordentlicher Lebenswandel? Ist das das neue Normal? Auch die soziale Ächtung und das damit verbundene Leiden Teichtmeisters waren Milderungsgründe für Richter Stephan Apostol. Und das Leiden der Kinder? Hinter den 76.000 Missbrauchsbildern stecken tausende missbrauchte Kinder. Auch dazu kein Wort. Auch nicht zur Frage, ob die Bilder nun genutzt würden, um die tatsächlichen Opfer und die Täter auszuforschen. Woher hatte Teichtmeister denn diesen Dreck? Woher hatte er die Drogen? Welche Kontakte hatte er in seinem Handy? Vermutlich ist der Akt schon vernichtet, jetzt, wo der Fall endlich geschlossen ist. Noch mal, für diese Taten muss er nun keinen einzigen Tag in Haft. Mehr noch, wie mir beim Gespräch vorab die FPÖ-Parlamentsabgeordnete und Anwältin Dr. Susanne Fürst sagte, gibt es eine Gesetzeslücke. Teichtmeister kann in Zukunft sogar mit Kindern arbeiten. Ja, richtig gehört. Obwohl er selbst bei Dreharbeiten eine Kinderdarstellerin fotografierte und das Bild mit kranken Fantasien untermalt hat, darf er das. Schauen wir rein, was die Abgeordnete Fürst zu sagen hat. Ein Auszug aus dem Gespräch. Und dieses Urteil hat für mich überhaupt keine abschreckende Wirkung, sondern eher, würde ich sagen, ist das eine Beruhigungspille für Täter, die sich denken, weil die wissen ja alle, dass sie da etwas gegen das Gesetz machen, aber das kann man in Kauf nehmen, dass ich dafür nur bedingt verurteilt werde. Dass hier offensichtlich unsere Justiz, auch gerade seit dieser Bundesregierung, unter dieser grünen Justizministerin, da die Schwerpunkte ganz anders gesetzt werden. Zum Beispiel Kampf gegen Hass und Hetze, was ja nichts anderes ist, als regierungskritische Meinungen auszumerzen. Da werden Beamten eingestellt, da finden Hausdurchsuchungen statt. Wir kennen sie auch aus der Corona-Zeit. Da werden Staatsanwälte beschäftigt mit lässlichen Maskenvergehen und Quarantäneverletzungen. Und diese Kapazitäten gehen dann ab bei der Verfolgung von echten, schweren Verbrechen. Auch Herr Teichmeister und alle, die sich so ein Material anschaffen, die ermöglichen ja die echte Vergewaltigung und die Filmaufnahmen. Die befördern dieses Geschäft. Dieses Geschäft würde es nicht geben. Genau, kein Angebot ohne Nachfrage. Und es ist schwerst kriminell zuzusehen, wie ein Kind vergewaltigt wird. Und das sind keine harmlose Taten und kein harmloses Material, was hier gesichtet wurde. Das sind schwere, sadistische Taten, Folterungen von Kindern zu sehen. Ist das nicht auch, gerade aus der Sicht einer Juristin, ein verheerendes Signal? Sie haben angesprochen die Kluft zwischen der Verfolgung von Meinungsdelikten und auf der anderen Seite dann so milde Urteile für das. Im Volksmund kocht ja die Wut jetzt über. Man hat immer weniger Vertrauen in die Justiz. Ist das eine Entwicklung, die Sie auch beobachten? Ja, mit großem Bedauern. Und ich möchte das unbedingt auch, dass das wieder zurechtgerückt wird, weil einfach die Justiz natürlich eine ganz wichtige Säule ist im Rechtsstaat. Und wenn hier das Vertrauen verloren geht oder wenn sich die Bevölkerung denkt hier, die Justiz ist politisiert, dann ist das ganz fatal, weil das passt nicht zusammen mit einer Demokratie. Die Justiz ist immer dann politisiert und instrumentalisiert, wenn wir uns in einem anderen Regime befinden. Und das wollen wir ja nicht haben und wollen wir nicht, dass wir in diese Richtung gehen. Daher ist das diese Tendenz hin, wirklich Meinungsdelikte jetzt schärfer zu bestrafen, eine Gesinnungsjustiz einzuführen. Wir kennen jetzt auch schon das Gesetz, wo einfach Leute da tausendfach zu hohen Geldstrafen verurteilt werden, nur weil sie ein relativ harmloses, regierungskritisches Posting verteilen. Das ist einfach eine absolute Schieflage. Dann genauso natürlich auch, wir kennen es, solche sehr milden Urteile gegenüber auch Migranten oder auch Jugendlichen oder Männern aus dem Einwanderermilieu, die hier schon schwere Körperverletzungsdelikte oder auch Attacken, Übergriffe auf junge Mädchen begehen. Und die kommen auch keinen Tag in U-Haft und bekommen relativ geringe Strafen. Das alles lässt irgendwie die Justiz hier und unser Vertrauen hier erodieren und das ist fatal. Würden denn höhere Strafen überhaupt etwas bringen? Würde das etwas nutzen? Natürlich. Entgegen auch so gerade dem sozusagen Linksliberalen immer diesen Ansichten, Strafen bringen ja nichts. Naja, also bei den Regierungskritikern würden sie es bringen so auf einmal etwas. Nein, ganz grundsätzlich jeder weiß und jede Erfahrung und auch jeder Strafrechtler weiß, natürlich immer bringen Strafen etwas. Es ist nicht die Lösung und nicht die einzige Lösung, aber Strafen haben einen abschreckenden Effekt. Und natürlich gerade auch bei solchen Delikten, denke ich, wo ja auch viele Menschen eben gerade auch wieder Teichmeister, die eigentlich ein gutes, sage ich jetzt, Leben hatten, durchaus gut situiert oder denen es wichtig war, auch in der Gesellschaft hier eine gute Rolle zu spielen. Also da ist gerade auch die Ächtung eben ganz wichtig und hohe Strafen, damit sie eben aus diesem guten Leben herausgerissen werden. Darum haben uns auch wir als FPÖ schon jahrelang, aber gerade auch in den letzten Monaten wieder auch und kurz bevor der Fall Teichmeister aufgekommen ist, immer vehement für eine Erhöhung und Verschärfung der Strafrechtslage uns bemüht. Die anderen Parteien waren hier immer dagegen. Doch das muss sein. Es muss auch gerade zu einer Erhöhung der Mindeststrafen kommen, was im aktuellen Strafrechtspaket der Bundesregierung nicht enthalten ist, skandalöserweise. Das heißt, selbst nach der neuen Rechtslage wäre der Spruch gegen Teichmeister, dass er keinen Tag im Gefängnis verbringen soll, immer noch möglich. Also das kann es nicht sein, sondern wir brauchen nicht nur eine Erhöhung der Maximalstrafe, vor allen Dingen auch der Mindeststrafe, sodass hier das Gericht sofort auf einem hohen Level anfangen kann und dass es auch nicht sein kann bei so einer schweren Desdelikts wie bei Herrn Teichmeister, über so einen langen Zeitraum und wenn ich so ungeheuer viel Material hier konsumiere, dass es hier immer noch möglich ist, dass die Strafe total bedingt verhängt wird. Das darf nicht möglich sein. Es befürchten viele Menschen, dass es zu etwas wie einer Normalisierung der Pädophilie kommt durch so geringe Strafen. Da gibt es ja im Windschatten dieser Ereignisse noch viele Ungeheuerlichkeiten, die noch nicht bereinigt sind. Was könnte denn sonst noch dazu beitragen, dass so eine Entwicklung eben nicht normal wird? Ja, ich nehme das auch eigentlich sehr erschrocken zur Kenntnis. Da gibt es viele, viele Aspekte auch rund um diesen Prozess, wo das transparent wird. Ich erinnere mich an das Twitter von einem bekannten linken Journalisten, der gemeint hat, dieses Urteil sei ein guter Tag für die Justiz. Also da dreht es mir deinen Magen um. Also dass man sich darüber freuen kann, dass der Teichmeister hier herausspaziert, ohne dass er ins Gefängnis kommt bei dem, was er gemacht hat. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das hat für mich nichts mit links und rechts zu tun, sondern mit einem normalen Empfinden eigentlich. Auch, dass der Verteidiger, wie gesagt, der hat seine Aufgabe. Es ist seine Aufgabe, Herrn Teichmeister zu verteidigen. Der hat ein Recht auf einen Verteidiger. Aber dass der dann gemeint hat, nun, Herrn Teichmeister war das ja nicht bewusst oder hat nicht an das Leid der Kinder gedacht. Weil auch wenn wir Fleisch essen, denken wir an das Leid der Tiere. Das ist ungeheuerlich und das ist nicht notwendig. Das kann ich nicht verstehen und verachte ich zutiefst. Dazu kommt auch die offensichtliche Akzeptanz in der grün-linken Kulturschickeria, die sich ja nach wie vor auch den letzten Film, wo Herr Teichmeister mitgespielt hat, hier gefeiert und ausgezeichnet haben. Das sind so unglaubliche Dinge. Und auch unglaublich ist, auf was wir auch parlamentarisch schon immer wieder hingewiesen haben, in Österreich ist immer noch das Pädophilenhandbuch und sind Kindersexbupen, die online bestellt werden können, nicht verboten. Deutschland hat das bereits verboten. Das könnte man mit einem Federstrich tun. Die Justizministerin hat uns im Ausschuss erklärt, das wird geprüft. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das ist nichts harmloses. Das ist ein tausendseitiges Konvolut, wo in allen Einzelheiten beschrieben wird, wie man Übergriffe an Kinder gestaltet, damit da keine Spuren bleiben und so weiter. Das ist unfassbar. Das bedeutet, Sie haben das im Parlament thematisiert und die Justizministerin hat das in einen Ausschuss verwiesen? Wir haben es im Justizausschuss. Es fand eine Diskussion statt. Auch unser Justizsprecher Harald Steffen ist hier schon seit Jahren aktiv. Und wir haben gesagt, das ist in Deutschland kürzlich vor ein paar Monaten verboten worden. Und in Österreich ist es nach wie vor öffentlich zugänglich und abrufbar. Und es ist vertagt worden und wir sind mit unserem Antrag alleine geblieben. Die anderen Parteien haben sich nicht angeschlossen und die Justizministerin hat erklärt, es wird geprüft. Das muss man sich vorstellen. Und ein Aspekt ist auch, den wir immer wieder angesprochen haben, es darf einfach nicht sein, dass, wenn sich jemand schuldig gemacht hat, dieser Delikte, dass dann, es gelten ja Verjährungsfristen für den Eintrag im Strafregister, dass das auch bei diesen Delikten nach drei Jahren zum Beispiel abläuft. Nach drei Jahren wird das gelöst. Das geht nicht, ja, das wird dann wieder gelöscht aus dem Strafregister, der gilt wieder als, also sozusagen hat wieder eine weiße Weste. Ich bin grundsätzlich dafür, wenn jemand seine Strafe abgesessen hat und so weiter, bekommt man eine zweite Chance. Aber in diesem Fall geht das nicht, weil die Kinder Vorrang haben. Und weil die Gutachter eigentlich in allen solchen Fällen, wie auch hier bei Herrn Teichmeister, eigentlich stets aussprechen, dass diese Neigung einfach nicht wirklich bekämpft werden kann, nicht wirklich ausgelöscht ist, sondern der Trieb ist da. Und daher muss es hier diesen Eintrag geben im Register, weil man weiß, dass diese Täter dann immer wieder die Nähe zu den Kindern suchen. Jetzt ist das dem Herrn Teichmeister vielleicht aufgrund seiner Prominenz nicht so leicht möglich, aber die anderen kennt man ja nicht. Und es haben dann Fußballvereine, die Feuerwehr, das sind alles so Pfadfinder, das sind alles so Vereine, wo sich immer wieder solche Leute drunter schmuggeln, auch durchaus als ehrenamtliche Helfer, damit sie hier die Nähe zu den Kindern und Jugendlichen finden. Und wenn die dann überprüfen, das Strafregister steht nichts mehr drinnen und das geht nicht, das muss lebenslang drinnen bleiben. Es drängt sich der Verdacht auf, mächtige Zirkel könnten ihre schützende Hand über Teichmeister halten, während Menschen für Meinungsäußerungen und Kritik an den Corona-Maßnahmen hart bestraft wurden, packt man kriminelle Pädophile offenbar mit Samthandschuhen an. Interessiert sich null für die Mittäter die Hintermänner. All das führt natürlich und zu Recht zu einem Vertrauensverlust, auch den Gerichten gegenüber. Seit Jahren kommen immer wieder Fälle prominenter Kinderschänder ans Tageslicht, angebliche Einzelfälle, hinter denen in Wahrheit globale Netzwerke stecken. Die Oberschicht aus Medienpolitik und Wirtschaft ist oft Teil dieser schwer kriminellen Clique. Besonders brisant, Teichmeister war nicht nur Teil der linken Künstlerschikerier, sondern auch jahrelang Freimaurer als Mitglied eines elitären Geheimbundes. Bewahrte ihn dieser Umstand vor der Haft oder war es sein Promi-Status, der ihn letztlich gerettet hat? Sinnigerweise schrieb der vom Bilderberger Oskar Bronner gegründete Standard im Jahr 2017 300 Jahre Freimaurer. Brüder halten nun einmal zusammen. War das auch dieses Mal so? Offiziell distanziert sich die Großloge von Österreich nun von Teichmeister. Doch seit Beginn seiner Schauspielkarriere war er Logenbruder. Er richtete in seinem Heimatort Langenlois erst vor einem Jahr einen Tempel mit, Zitat, recht offenkundigen Anspielungen auf den Freimaurerbund. Die Aufschrift des Tempels, Tempel der allgemeinen Menschenliebe. Die Frage bleibt, wurde Teichmeister geschützt? Es wäre nicht das erste Mal, dass mächtige Kreisetäter geschützt haben, weil diese anderen Mittäter hätten verraten können. Sie wussten zu viel. Und gerade die Freimaurerei steht immer wieder im Verdacht, satanische Kulte zu betreiben. Auch der Fall Eppstein weist Parallelen zu Teichmeister auf. Über die internationale Kinderporno-Mafia habe ich jetzt Guido Grant in der Leitung. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Grant mit mächtigen pädophilen Netzwerken. Aber auch mit Freimaurerlogen. Sehr geehrter Herr Grant, Sie haben als Journalist und Autor schon umfangreich zum Thema Pädophilie und Freimaurer geforscht und publiziert. Nun gibt es viele Gerüchte um nicht näher bestimmte elitäre Kreise, um satanische Rituale, Menschenopfer, Kindesmissbrauch oder gar Kannibalismus. Gibt es tatsächlich elitäre Netzwerke, die perverse und verbrecherische Kulte pflegen? Ja, in der Tat. Es gibt diese elitären Kreise, von denen Sie gerade gesprochen haben. Allerdings werden die in Deutschland sozusagen negiert als nicht existent dargestellt. Obwohl der Fall Mark Dutroux oder Jimmy Savile und auch andere Fälle, Jeffrey Epstein oder wie auch immer, gezeigt haben, dass es sehr wohl elitäre Netzwerke gibt. Und es gibt auch elitäre Netzwerke, kultisch verstrickt, in Orden oder Zirkeln, die ebenfalls ein Netzwerk darstellen, in dem es zu okkult-satanistischen Ritualen kommt, mitunter auch zu Ritualmorden. In Deutschland immer noch belächelt, in anderen Ländern wie etwa in den USA verurteilt. In Südafrika gibt es sogar eine eigene Polizeieinheit, die sich nur mit Okkultverbrechen beschäftigt, zu denen auch Ritualmorde gehören. Und hierzulange sagt immer noch Verschwörungstheorie. Also ja, es gibt diese elitären Kreise, von denen Sie gesprochen haben. Gibt es organisierte pädokriminelle Netzwerke, die eine Gefahr für Kinder darstellen? Ohne Zweifel gibt es pädokriminelle Netzwerke global. Ein Beispiel ist der Fall Marc-Dietroux, der Belgier, der Zuträger, der Kinder zugetragen hat an elitäre Kreise, auch in politische Kreise. Das zweite Beispiel ist der Brite Jimmy Seville, der über Jahre hinweg 500 Kinder missbraucht hat, der aber hofiert wurde von den ganz Großen, von Politikern, von der Queen, von Prinz Charles, König Charles III. heute und anderen. Mit involviert in diese Netzwerke, auch in Jersey, auf einer Insel in Großbritannien, sind auch Geheimdienste, sind Politiker, die teilweise ermordet wurden oder verunfallt wurden. Einige Fälle wurden bekannt, andere wiederum nicht. Und auch der Fall in den USA, Jeffrey Epstein, der hat ja auch gezeigt, dass es Zuträger gibt, die Mädchen in hohe Kreise zuführen. Also ja, es sind keine Verschwörungstheorien. Es gibt diese pädokriminellen Netzwerke, ich habe lange darüber recherchiert, ich habe vieles darüber geschrieben, in meinen Büchern Hardcore-Kindersatanismus, eben auch speziell über pädokriminelle Netzwerke, wo Kinder missbraucht werden oder ums Leben kommen. In Wien wurde jetzt der Schauspieler Teichtmeister wegen des Besitzes von über 70.000 Kinderpohrnodateien schuldig gesprochen. Er muss aber nicht ins Gefängnis. Können Sie ausschließen, dass er diesen Freispruch nicht im Umstand verdankt, dass er Freimaurer in Wien ist und vielleicht andere Mittäter belasten könnte? Über den Fall Teichtmeister habe ich persönlich nicht recherchiert. Aus diesem Grund kann ich da keine objektive Einschätzung geben. Denkbar ist es natürlich, wie es in diesen Kreisen üblich ist, dass wenn ein Bruder im Geiste in irgendeiner Weise ein Problem hat, dass das auch logenintern geklärt wird, auch justiziabel. Es gibt verschiedene Beispiele, vor allen Dingen auch in Österreich, wo die Freimaurer-Zugehörigkeit anders als in Deutschland ziemlich öffentlich ist. Ich habe in meinem Schwarzbuch Freimaurerei darüber geschrieben, welche österreichischen Politiker, beispielsweise auch von anderen Ländern, welche österreichischen Politiker tatsächlich Freimaurer waren und sind und habe auch zum Teil das Geflecht angeführt, in dem diese Leute, vor allen Dingen auch Politiker und andere Prominente involviert waren, was es für ein Geflecht gibt und wie die Brüder sich gegenseitig helfen. Auch wenn das negiert wird, es gibt diese Hilfe. Und ich habe aufgrund meiner Recherchen mit vielen Freimaurern gesprochen, die ihren Eid, sage ich mal, verletzt haben in dem Moment, wo sie mir auch über bestimmte interne Dinge erzählt haben. Und tatsächlich ist es so, eine Hand wäscht die andere. Ob das in dem Fall Teichmeister so war, kann ich wie gesagt natürlich nicht behaupten. Denkbar wäre es. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich wurde vielfach von Personen aus dem Umfeld der Politik darauf hingewiesen, dass oftmals Politiker gezielt in solche Verbrechen und solche Rituale gezogen werden, damit man sie später für alle Zeit erpressen kann. Glauben Sie tatsächlich, dass so etwas auch in Europa stattfindet? Natürlich geschieht das auch in Europa. Ich habe vorhin den Fall Marc Di Troo angesprochen, in dem klar war, dass hochrangige Persönlichkeiten in bestimmten Clubs waren, die dort gefilmt wurden und nachher auch erpresst wurden. Das kommt öfters vor. Mir selber ist ein Fall bekannt von einem Prominenten, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte. Der sollte selbst in ein solches Bordell gehen und er wusste, da habe ich überhaupt keine Chance, da werde ich gefilmt. Und hat natürlich das auch beiseite geschoben. Später hat es sich herausgestellt, dass es genauso war mit anderen Personen, nur nicht mit ihnen. Ja, Politiker werden sicherlich auch hierzulande mit den verschiedensten Aspekten oder Fehlern, die sie mal begangen haben, ob aktuell oder in der Vergangenheit, erpresst. Und ja, wir wissen ja auch aus verschiedenen Brotlichtmilieus, dass das relativ einfach zu Handhaben ist. Ist das Vertrauen mal da zu den Tätern? Und der andere weiß nicht, dass es sich um Täter handelt. Geschieht es leicht über eine sogenannte Honigfalle, also über eine hübsche Dame, ob das eine Escort-Girl ist oder in irgendeinem Etablissement ist, wie auch immer, den Leuten eine Falle zu stellen und sie später am Haken zu haben. Danke, Herr Grant, für diese Einschätzung. Ja, und wir wissen auch, dass Hollywood durch die Filme zu uns spricht. Wir wissen, dass grausame und machtgierige geheimen Netzwerke ihre perversen Praktiken gerne auch in Form von Filmen sichtbar machen. Auch um den Menschen ihre Unnahbarkeit, ihre Unangreifbarkeit durch die Justiz vor Augen zu führen. So etwa im Film Rosemary's Baby, in dem ein Paar ihr Neugeborenes einer Gruppe reicher Personen opfert, die ein satanisches Ritual durchführen. Bezeichnenderweise in dem Film, um die Schauspielkarriere des Mannes zu befördern. Oder im Klassiker Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick. Szenen aus dem Film mit maskierten Geheimgesellschaften erinnern verdächtig an die veröffentlichten Fotostrecken des Illuminatenballs der Rothschilds aus dem Jahre 1972. Auf ihrem Schloss vor den Toren von Paris versammelten sich bekannte Freimaurer und Illuminaten zu einem bizarren Maskenball. Was nun genau dort geschah, weiß man natürlich nicht. Achten Sie aber auf die durchgesickerten Fotos, auf die Hirschmasken, auf die Männer vor der nackten Puppe, auf dem Altar, auf die zerstückelten Babypuppen und so weiter. Der Rothschildball 1972 inspirierte zu einem Illuminatenball, der seither an anderen Orten auf der Welt nachgeahmt wird. Etwa bei diesen Bildern, die wir zeigen, sehen Sie den Illuminatenball 2018 in New York. Die Szenen sehen sich verblüffend ähnlich, sowohl mit dem Rothschildball 1972 als auch dem Film Eyes Wide Shut. Uns muss klar sein, dass das alles nur die Oberfläche ist. Nur ein sehr kleiner Teil kranker, satanisch-kultischer Praxis. Und dass es sich dabei eben nicht um Einzelfälle und Einzeltäter handelt, sondern um mächtige globale Strukturen. Ritualisierte Gewalt und Kindesmissbrauch, Drogen und satanische Kulte sind fester Bestandteil gewisser, einflussreicher, geheimer Zirkel. Und sie tun alles, um ihre Macht auf jeden Bereich auszuweiten, egal ob Justiz, Presse oder Politik. Das Einzige, das Einzige, was diese Clique wirklich fürchtet, das ist das Licht der Wahrheit und dass das Volk, der einst, über sie richten wird. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!